Hallihallo zu Tag 19, der 19. Impuls für mehr Erfolg in deinem Leben. Ja, heute geht es mal wieder um eine Aufräumaktion. Klarheit schafft man wunderbar, indem man Klarheit im Außen schafft. Und ich habe dir ja schon vor zwei Tagen gesagt, es macht Sinn, dass du deine Wohnung bzw. dein Haus ordentlich hältst. Und heute geht es darum, dass du nicht nur in deinem Wohnbereich Ordnung hältst, sondern auch in den Abstellflächen. Nämlich zum Beispiel im Keller. Dein Keller ist dein Unterbewusstsein und deine Vergangenheit. Und dort lagern dann oftmals irgendwelche Schätzchen, die man vielleicht nochmal irgendwann gebrauchen kann. Und es gibt manchmal da irgendwelche Kisten, die hat man so mitgeschleppt vom letzten Umzug oder sowas. Und die wurden dann fünf Jahre lang nicht ausgeräumt. Und wenn du was fünf Jahre lang nicht gebraucht hast oder nicht gebrauchen konntest und da auch kein Verlangen zu hattest, da mal reinzuschauen, meinst du, das brauchst du dann nochmal? Wahrscheinlich nicht. Und deshalb lade ich dich heute dazu ein, reinmachen im Keller und Klarheit in deine Vergangenheit, in dein Unterbewusstsein zu bringen und einfach mal den ganzen Kram wegräumen, wegschmeißen und alles so von wegen, das kann man noch gebrauchen. Ja, das kann man noch gebrauchen, kann direkt ab in die Tonne und ja, dann wirst du sehen, dass da auch ein Stein ins Rollen kommt und dass sich alte Dinge von dir verabschieden. Viel Spaß dabei. Bis morgen. Tschüss.